Guten Abend liebe Zuschauer, heute können Sie wieder mit Marken gewinnen. Auf Markenartikelqualität zu achten zahlt sich immer aus, ganz besonders jetzt, denn in unserer Sendung können Sie 20 mal 1000 Mark gewinnen. Dazu brauchen Sie nur die Marken der nun folgenden Werbefilme auf eine Postkarte zu schreiben. Die Adresse sage ich Ihnen gleich. Also, auf die Marken, fertig, los! Kellogg's Nutri-Grain Das Müsli aus den guten Gaben unserer Erde Der englische Poet Oscar Wilde hat einmal von sich gesagt, er habe einen ganz einfachen Geschmack, immer nur das Beste. Und genau so sind wir zu diesem Mineralwasser gekommen, Gerold Steiner Sprudel. Gerold Steiner Sprudel, sein Erfolg ist der Geschmack. Hey Stefan, was machst du denn für ein Gesicht? Ach Opa, ich habe Mamis guten Teller runtergeschmissen und das ist sie sauer auf mich. Komm, nimm eins von meinem Wert, das echten und bring dann der Mami auch eins und sag ihr, dass es dir leid tut. Na, geh schon. Na, wie war's? Mami hat gesagt, sie hat uns alle beide lieb. Hm. Das ist ein herkömmlicher Toaster. Er ist zeitgesteuert und toastet daher auf gleicher Stufe alles gleich lang. Ob tiefgefrorenen Toast, frischen Toast oder leicht trockenen. Das Ergebnis unterschiedlich. Und nun die Weltneuheit von Braun, der Toaster der Unterschiede macht. Ein Infrarotsensor misst die Temperatur des Brotes. Und sagt, wann der Toast fertig ist. Immer gleich Braun. Die Weltneuheit mit Infrarotsensor von Braun. Ich liebe das Leben. Das echte Leben, seine Kleinigkeiten wiegen. Mal gewinnen, mal verlieren. Fürs echte Leben musst du auch mal was riskieren. Echtes Leben, echter Leibniz. Echter Leibniz. Der Keks fürs Leben. Du hast dich entschlossen. Du weißt, was du willst. Neu von Cliff. Der Deo Roll-On. Spür die Frische. Spür die Kühle. Erleb den Duft. Neu von Cliff. Der Deo Roll-On. Erfrischend kühl. Erfrischend anders. Das war das Ende, Lady Be Good. Und unsere gute Lady ist heute Elke Kast. Und ein bisschen Lady in Red. Ja, und wen hast du mitgebracht für heute? Susanne Ohlen, Herbert Herrmann und den dritten verrate ich noch nicht. Wir haben Marianne Mendt und Agfan Röhn an der Trompete. Wann geht's denn los? Das Ganze nachher 22.25 Uhr in Dreisand. Heute schon? Ja. Verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zum Lotto am Mittwoch, Ziehung B. Zunächst gebe ich Ihnen aber noch die Gewinnzahlen von der Ziehung A bekannt. Hier sind sie auch gleich. Die 1, 17, 23, 25, 26, 47 und die Zusatzzahl 13. Nun kommen wir zur Ziehung B. Die 1, 17, 24, 47 und die Zusatzzahl 13. Die 1, 17, 24, 48 und die Zusatzzahl 13.